Christus Das Tar der Liebe Apokryphen 5 Orim und Tumim Das Tar der Liebe Meister Yoga Zimmermann Meister, nach Vitruvius Myril, Pilgern Meister Wettkampf, Kunstdisziplin Meister der Kunst, das Karri Sanat, Kunst der Verteidigung Sanat, Wing Chun Shaolin Sanat, Symmetrie-Training Sanat, der hohe Bewusstseinszustand Sanat, physische Symmetrie Sanat, Kundalini, das Tar des Lebens Sanat, Oktave der Schöpfung Sanat, das geheime Heiligtum Sanat, Beckenbodensymmetrie Sanat, bedingungslos Sanat, Karma, das Gesetz der Liebe Sanat, das Yoga des Lebens Sanat, der Garten von Meister Christus Das Tar der Liebe Christus Zimmermanns Meister Vitruv Das Verhältnis der Schönheit Christus ging seinen Heimweg entlang und wusste, dass der Sonntag bevorstand und der Garten des Meisters mit interessanten Menschen gefüllt sein würde. Aber wie jeder neue Meister, der ein Handwerk beherrscht, benötigte er Zeit, um sich zu entspannen und die Lektionen zu verarbeiten. Ein wahrer Meister trägt die Weisheit in sich und verlässt sich nicht auf schwere Bücher mit bedeutungslosen Worten. Ein Faden und ein Ring in den Händen können visuell das pythagoreische Dreieck lehren. Christus war erfüllt von der Schönheit der Symmetrie. Es wurde offensichtlich, warum Menschen so aussehen, wie sie es tun, jeder auf seine eigene einzigartige Weise, als Manifestation ihres wahren Wesens. Bis zum Sonntag würde er das Leben genießen und über diese Erkenntnis nachdenken. In zwölf Tagen würde er in den Garten des Meisters zurückkehren. Die Umgebung war wunderschön, mit dem Frühling in voller Blüte, lebendigen Farben und dem Duft verschiedener Blumen und Bäume. Es war die Zeit, in der die kalten Tage vorüber waren und der Sommer nahte. Der Begriff der Stabilität erhielt eine ganz neue Bedeutung, denn Christus hatte zuvor nie auf diese Weise über den Körper nachgedacht. Nach einer zweitägigen Pilgerreise begegnete er einer Frau, die ihm entgegenkam. In jenen Zeiten grüßten sich die Menschen und führten Smalltalk, um Neuigkeiten auszutauschen und über das Weltgeschehen informiert zu bleiben. Innerhalb der Familien würden die Älteren ihr Wissen an die jüngere Generation weitergeben, da nur Priester, Gelehrte und ihre Schreiber zu dieser Zeit lesen konnten. Doch die Menschen waren keineswegs unintelligent und konnten grundlegende Berechnungen mit ihren Fingern durchführen, was es ihnen ermöglichte, auf dem Markthandel zu treiben. Das Tat der Liebe Christus Zimmermannsmeister Wietruf Das Verhältnis der Schönheit Müril sagte, Hallo Christus, du scheinst freundlich zu sein. Ja, nach zwei Tagen wirst du die Stadt erreichen. Bleib einfach auf der Straße entlang des Flusses und du wirst sie finden. Es gibt ein Sommerfest, um den Beginn des Sommers zu feiern. Es beginnt in drei Tagen, das passt gut zu deiner Meisterzimmermannfeier, was hältst du davon? Christus antwortete, Guten Tag, Müril. Danke, das habe ich auch gedacht. Oh ja, jetzt verstehe ich, warum der Meister mir geraten hat, den langen Weg nach Hause zu nehmen und unterwegs ein passendes Fest zu finden. Aber erzähl mir, worum geht es dabei? Müril erklärte, es ist eine Volksfeier, aber Meister aus der Ferne werden kommen und an einem Wettbewerb teilnehmen, um die Konzepte zu beweisen, die sie lehren. Es handelt sich um eine Kampfkunstveranstaltung, die auf östlicher Philosophie basiert und mehrere Tage dauern wird, bis zum Finale. Leider habe ich keine Zeit zu bleiben, da ich mich um den Garten kümmern und mich um die Tiere kümmern muss. Es wird jedoch interessant sein zu sehen, welche Kampfkunst gewinnt, da sie gegen viele, viele Konkurrenten antreten müssen. Nur ein Kampfklub mit seiner eigenen Philosophie und seinem Konzept kann als Vertreter in die Arena eintreten. Christus äußerte seine Gedanken, das ist in der Tat interessant, aber denkst du nicht, dass es ein wenig brutal ist? Müril versicherte ihm, es gibt strenge Regeln. Es wird kein Kampf bis zur Niederlage sein. Die Kämpfer werden gegen viele Gegner antreten und es gibt Einschränkungen, unterhalb der Gürtellinie zu schlagen oder beißen, kratzen oder andere schädliche Handlungen auszuführen. Es handelt sich um hochqualifizierte Personen, die auch als Wächter dienen und für Ordnung in ihrem Land sorgen. Deshalb widmen sie ihr Leben dem kontinuierlichen Training und hören nie auf, ihre Fähigkeiten zu trainieren. Christus verabschiedete sich und sagte, Danke, Müril. Ich wünsche dir eine sichere Reise auf dem Heimweg. Das Tat der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Die Stadt war beeindruckend groß und verfügte über ein Wassersystem zur Verteilung von frischem Wasser. Nach dem Haupttor ging Christus über einen riesigen Markt, wo die letzten Vorbereitungen getroffen wurden. In der Mitte befand sich die aus Holz erbaute Arena, umgeben von Zuschauerbänken. Neben den Marktständen standen ältere Meister jeder Disziplin und sprachen mit den Menschen. Schließlich begann am nächsten Tag die Feier mit einer Ansprache des Königs dieses Königreichs. Es war sehr interessant, die Unterschiede zu sehen, wie Müril es beschrieben hatte. Trotz dieses völlig anderen Konzepts hatte keines der Künste echte Schwächen oder Nachteile. Jede Kunst hatte ihre Berechtigung und war den Gangstern und gewalttätigen Menschen überlegen. Natürlich gibt es in diesem Turnier immer einen Gewinner und einen Verlierer. Viele Wettkämpfer aus der Ferne kamen, um ihre überragenden Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, und der Wettkampf dauerte den ganzen Tag. Nur eine Kunst war sehr unterschiedlich, denn hier schlug man nicht mit Fäusten und Füßen zu, sondern versuchte stattdessen, den Gegner zu ergreifen und niederzuringen. Diese Kunst unterschied sich komplett von allen anderen und schien zurückzubleiben, da man in der Nähe des Feindes sein musste, um Erfolg zu haben. Am zweiten Tag begannen die Kämpfer ebenfalls am Morgen, und nun trafen die Gewinner des Vortags erneut aufeinander. Einige zeigten Anzeichen von Erschöpfung, und das war der Moment, in dem sie verloren, denn nur zwei Sekunden der Unaufmerksamkeit genügten für ein K.O. Eine besondere Kunstform stach heraus, bei der einer der Vertreter bereits am ersten Tag kämpfte, wie viele andere auch. Diese Kunst schien eher wie Tanzen und Reagieren als wie Stirrkampf. Jeden Abend gab es ein Fest mit Musik und Tanz, während tagsüber Philosophen und Priester auf dem Marktplatz neben der Arena sprachen. Gutes Essen und interessante Gespräche begleiteten die Kämpfe. Am dritten Tag waren nicht mehr viele Wettkämpfer übrig, die noch kämpfen konnten, und es kam zum Finale am Abend, kurz vor Sonnenuntergang. Nun waren einige der Kämpfer verletzt oder müde und konnten nicht mehr antreten, auch wenn sie ihr Bestes gaben. Doch es gab wieder diese besondere Kunst, und der Kämpfer schien in guter Verfassung zu sein, wie am ersten Tag. Es war er, der zusammen mit einem anderen Kämpfer ins Finale einzog, der sich trotz aller Einzelkämpfe als überlegen erwiesen hatte. Der andere war müde, seine Augen rot und all seine Bemühungen waren nutzlos im Vergleich zu seinem Gegner. Das Tat der Liebe Christus Meistersanat Kundalini Nach der Siegerehrung erreichte das Fest seinen Höhepunkt und alle begrüßten den bevorstehenden Sommer und die Ernte im Herbst. Als Christus sich aufmachte, um sich noch ein Zieder und eine Shisha zu holen, bemerkte er den Kämpfer auf dem Markt, der zusammen mit seinen älteren Meistern mit den Menschen sprach, nach all dem intensiven Training. Ein Marktstand roch anders nach Kräutern und Gewürzen, die ihm völlig unbekannt waren und die er noch nicht probiert hatte. Das leckere Essen wurde auf einem Palmblatt serviert und er konnte es kaum erwarten, die unbekannten Gewürze zu kosten. Während er wartete, kam der Kämpfer vorbei und fragte ebenfalls nach ihrem Essen. Der Kämpfer sagte zu Christus, Ich sehe, du hast einen guten Geschmack. Hier ist das beste Karre, so wie zu Hause. Christus antwortete, Karre? Davon habe ich noch nie gehört. Aus welcher Pflanze stammt es? Als ihnen das Essen auf dem Palmblatt serviert wurde, setzten sich der Kämpfer und Christus hin, um ihre Mahlzeit zu genießen. Der Kämpfer antwortete, du hast noch nie Karre probiert? Das ist mutig. Lass mich dir sagen, es ist sehr, sehr, sehr scharf, aber auch sehr gesund. Christus erwiderte, das wusste ich nicht. Danke für den Rat. Die Schärfe ist für mich kein großes Problem, da mein früherer Meister Paprika in seinem Garten hatte und damit Tomaten lange Zeit gekocht hat. Er nannte seine Sorte Paprika Peperoncino, aber ich habe sie in keinem anderen Garten gesehen. Ich bin bereit, es auszuprobieren. Der Kämpfer sagte, es gibt mehrere Gewürze, die für Karre verwendet werden, und jede Familie hat ihr eigenes traditionelles Rezept, sowie die Kunst, die wir praktizieren. Es soll sicherstellen, dass Gangster und gewalttätige Menschen es niemals lernen und missbrauchen können, genauso wie wir unsere Karre-Tradition bewahren. Es enthält gemahlenen Koriander, Kreuzkümmel, Paprika, Cayenne-Pfeffer, Chili, Kurkuma, schwarzen Pfeffer und gemahlenen Ingör. Christus rief aus, oh, es schmeckt ganz besonders. Was für ein Unterschied. Danke, Meister. Das wusste ich nicht. Jetzt spüre ich die Schärfe. Oh ja, sie ist sogar intensiver als die scharfe Tomatensauce von Meister Vitruvius. Ich fühle mich danach immer gut und entspannt, wenn die Schärfe langsam nachlässt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das Gewürz schädlich ist, sondern eher gesundheitsfördernd. Das Tat der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Sanat, der Kämpfer, sagte, Du bist sehr clever, mein lieber Christus, das ist genau der Fall und sein Zweck. Karri hat auch ein breites Spektrum und erzeugt ein gutes Gefühl, bei dem kein Nachtisch benötigt wird. Christus war erstaunt und fragte, woher kennst du meinen Namen? Der Kämpfer antwortete, ich habe die besten Grüße von unserer geliebten Nada für dich. Wir sind alle sehr stolz auf dich, du bist wirklich das kluge Kind hier. Mein Name ist Sanat und ich lehre die Leute im Dorf, sich selbst zu verteidigen, wenn sie allein unterwegs sind. Christus sagte, jetzt verstehe ich alles und es ist eine Freude, dich kennenzulernen, Sanat. Gib mir einfach eine Umarmung. Aber sag mir, wie schaffst du das? Wie ist es möglich, dass du immer noch hier sitzt, nach all diesen Einzelkämpfen, während die anderen müde oder schlechter aussahen? Ich sehe nur einen kleinen Schnitt an der Augenbraue und eine Schürfwunde am Kinn, ich kann es nicht verstehen. Sanat erklärte, es gibt mehrere Faktoren, die diesem Konzept zugrunde liegen. Unsere Kunst basiert auf der Philosophie von Meister Ngemui, der die Bewegung ins Leben gerufen hat, der wir uns anschließen. Es ist ein direktes Gegenstück zu Kung Fu und speziell für Frauen sehr effektiv. Eine gut trainierte Frau kann fünf Gegner in nur eins bis zwei Minuten neutralisieren, selbst wenn es alles Männer sind. Der Fokus liegt auf Verteidigung, aber wenn nötig, kann sie auch vollständig proaktiv sein, um erfolgreich zu sein. Christus fragte, das ist beeindruckend für Frauen, aber wie könnte eine Frau gegen den körperlichen Vorteil und die Kung Fu-Fähigkeiten von Gangstern gewinnen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das möglich ist. Hätten nicht schon alle Frauen das lernen sollen? Sanat antwortete, es ist wirklich erstaunlich, genauso wie die Shaolin-Kunst selbst. Ich werde dir morgen die Grundtechniken zeigen, und es wird nur zwölf Minuten dauern. Aber es geht um mehr. Frauen und Männer müssen trainieren und den Rest lernen, um in der Lage zu sein, die Kung Fu-Gangster zu besiegen. Das Tat der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Sanat sagte, der erste Teil ist der wichtigste. Wenn wir einen Schlag auf den Kopf bekommen, ist das Spiel in den meisten Fällen vorbei. Das Gehirn wird traumatisiert, und die Sensoren geraten aus der Ausrichtung, als wären wir in nur einer Sekunde sehr, sehr, sehr betrunken. Christus antwortete, oh ja, das kenne ich auch, natürlich. Aber wie ist es mit dem Magen und den Rippen? Wenn ich einen Schlag in den Magen bekomme, sozusagen, dann bin ich für eine Minute atemlos. Sanat antwortete, du hast recht. Deshalb hat sie das Verteidigungssystem entwickelt, bei dem ein Arm den anderen unterstützt. Die Haltung mit einem niedrigen Schwerpunkt hilft auch. Die Kung Fu-Gangster verwenden ihre Fäuste, um den Gegner zu kontrollieren, und nach ein paar Dutzend Sekunden führen sie immer den Rundhaustritt aus. In diesem Moment müssen sie den Kopf drehen, und genau dann gehen wir hin und treten ihnen auf das Gleichgewichtsbein oder den Fuß, während wir uns ducken, um ihren angreifenden Füßen vollständig auszuweichen. Christus sagte, oh ja, das habe ich gesehen, als du das vorgeführt hast, und dann die wiederholten Kopfschläge als Konsequenz, um sie auszuschalten, wenn sie am Boden liegen. Das war wirklich beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, bis morgen. Sanat sagte, vielen Dank, mein lieber Christus. Nun gilt die Regel, den Angreifer in einer Entfernung von mehr als sechs Fuß zu halten. Wenn der Feind näher ist, bedeutet das, dass jeder Angriff vorausgesehen werden muss. Und genau in dem Moment, in dem der Angriff blockiert wird, wird der Angriff selbst zum Gegenangriff genutzt. Das liegt daran, dass die Kraft und Masse des Gegners im Ungleichgewicht sind, ähnlich wie bei einem Bogen, bei dem du einen neuen Pfeil in Position bringen musst. Die zweite Zutat ist das Training des Körpers. Christus fragte, was meinst du damit? Haben die Frauen ihr eigenes Dojo und kämpfen sie im vollen Kontakt? Sanat antwortete, ja, aber sie haben kein eigenes Dojo. Wir sind alle in ihrem Dojo. Es bedeutet, dass wir zusammen in ihrem Dojo trainieren. Das Training hat ein besonderes Ziel. Ohne dies funktioniert Wing Chun nicht für unsere Dorfbewohner, mich eingeschlossen. Ein liebevolles Herz kann anderen nicht schaden und wird erstarrt, wenn es angegriffen wird. Selbst wenn jemand aufgrund seines natürlichen Instinkts angreift, würde es keinen Schaden anrichten, sondern nur ein alberner Versuch sein. Dies kann nur passieren, wenn die Person zuvor noch nie diese Situation erlebt hat. Wir würden irrational handeln, und unser inneres Selbst ist völlig dagegen. Dann kommt nur ein Gegenschlag auf den Kopf und Wäuler, Spiel vorbei. Dasselbe gilt für den Körper. Lass mich dir ein Beispiel geben. Jedes Frühjahr, wenn wir wieder barfuß gehen, dauert es ein paar Wochen, um sich daran zu gewöhnen, als wäre es normal und es tut nicht mehr weh. Christus sagte, das ist wahr. Es ist immer so, einfach etwas tägliches Training. Das Ta der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Christus sagte, genau so ist es, wenn man als Lehrling anfängt, auf der Baustelle als Zimmermann zu arbeiten. Christus sagte, das gleiche gilt, wenn man als Lehrling auf einer Baustelle als Zimmermann arbeitet. Sanat antwortete, genau, deshalb schlägt Ngemui vor, den Übungsbaum zu nutzen. Wir gehen in den Wald und suchen einen geeigneten Baum. Dann üben wir dort viermal die Woche, da einige Leute weit entfernt wohnen und nur einmal im Monat sonntags in die Dojo kommen können, um zu sprechen und zu üben und zu sehen, ob sie den richtigen Weg einschlagen. Der Baum hilft dabei, die Fäuste, Arme und Beine zu härten, genauso wie die Füße sich daran gewöhnen, barfuß zu gehen. Es dauert nur ein paar Wochen, während des Frühlings, wenn es zwischen angenehm und schmerzhaft liegt. Echter Schmerz ist etwas ganz anderes und tut auf eine Weise weh, die uns verstehen lässt, dass unser Körper die aktuelle Situation nicht ertragen kann. Deshalb schlug Meister NG eine langsame Steigerung vor, wenn man den Baum benutzt, indem man ohne Schmerzen trainiert. Wenn nach kurzer Zeit der Schmerz aufkommt, hören wir auf und warten, bis der Schmerz verschwunden ist, bevor wir wieder mit dem Baum trainieren. Es sollte mühelos und schmerzlos sein, so wie das Barfußlaufen im Frühling. Andernfalls machen wir eine Pause, bis die schmerzenden Füße sich beruhigen. Christus sagte, das ist wahr, als ich versuchte, mich zu zwingen, wurde der Schmerz zu viel und ich musste eine Pause machen, trotz des Eifers, den neuen Meister zu erreichen. Aber mit einer Pause direkt vor der Schmerzgrenze würde es sich beruhigen und dann konnte ich wieder normal gehen. Das ist genauso wie die Hitze auf dem Sand. Sanat erklärte, genau, das ist die effizienteste Lern- und Übungstechnik überhaupt, optimiert für maximale Effizienz. Der dritte Faktor ist das Gleichgewicht und die Symmetrie, zusammen mit der Untermuskulatur, die es überhaupt erst ermöglicht. Christus fragte, was meinst du mit Untermuskulatur? Und wenn du über Körpersymmetrie und Gleichgewicht sprichst, welches Gleichgewicht meinst du? Ich verstehe nicht ganz. Sanat antwortete, ja, du hast vollkommen recht. Unser Körpergleichgewicht wird durch die Symmetrie erreicht, für die wir trainieren. Die Untermuskulatur bezieht sich auf die sekundäre Muskulaturschicht, die mit den Hauptmuskeln harmonisch zusammenarbeitet, ähnlich wie bei einer Symphonie. Der Unterschied besteht darin, dass diese Schicht die grundlegende Schicht ist und die normale Muskelschicht darauf mit geringerer Priorität entwickelt wird. Für das Gehen und Sprechen ist die Untermuskulatur für die meiste Arbeit verantwortlich. Christus sagte erstaunt, das ist sehr interessant. Das wusste ich nicht und habe auch nie darüber nachgedacht, wie Babys das Laufen und Sprechen lernen. Aber dafür müssen viele kleine Muskeln beteiligt sein. Gibt es für jeden Muskel eine Übung und wie lange dauert das Programm insgesamt? Sanat antwortete, das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich eine Übung für jeden Muskel der Untermuskulatur, aber das Programm, um all diese Muskeln zu trainieren, besteht nur aus sieben Übungen und dauert nur sieben Minuten. Es geht um Wiederholung, um Muskelgedächtnis für perfekte Form und Symmetrie zu schaffen. Aber auch hier gilt das gleiche Prinzip wie bei allem anderen, was wir tun. Qualität ist wichtiger als Quantität. Nach sechs Tagen machen wir einen Tag Pause, normalerweise sonntags, aber es kann so gewählt werden, dass es zu jeder Lebenssituation passt. Das Ta der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Christus sagte, Yoga basiert, das ist interessant, da alle Kampfkunstdisziplinen und Kulturen-Yoga als Grundlage verwenden, um sich auf die kommende Situation zu konzentrieren. Aber da ist noch etwas, das ich entdeckt habe. Da sind diejenigen mit den schwarzen Nomadenkleidern, aus der Wüste, genannt Haschshaschin. Sie tauchten am dritten Tag auf. Ein alter Mann erzählte mir, dass sie Hasch verwenden, um ihr Bewusstsein zu erweitern, und dann, mit den schwarzen Gewändern und einem lauten Schrei, erschrecken sie den Feind von Anfang an und nutzen diese Technik zu ihrem Vorteil. Ich kann es nicht verstehen, denn wenn ich ihre Shisha-Rauche und Minztee an ihrem Marktstand trinke, fühle ich mich danach friedlicher als zuvor. Sanat antwortete, das ist das versteckte kleine Geheimnis, von dem du sprichst. Komm, umarme mich, mein lieber Christus. Dies ist die vierte Zutat, um unabhängig zu werden und jede Situation zu meistern, und nie wieder in unserem Leben zurückzuweichen oder aufzugeben. Fast alle Mitglieder der Kunst kennen das und verwenden es als Teil ihrer überlegenen Technik. Es wird als Zustand des höheren Bewusstseins bezeichnet, der ultimative Zustand des Gewahrseins. Bestimmte Pflanzen, Pilze und Kakteen haben Arten, die ein besonderes Geschenk von unserem Vater im Himmel sind, bei denen der Tee durch Extraktion der Substanz hergestellt wird. Dieses Wissen ist so alt wie die Menschheit und auch manche Tiere. Sie gehen einmal im Jahr zur Grenze der Wüste, um die Früchte am Boden zu essen, die ebenfalls diese Wirkung erzeugen. Jeder Schamane der indigenen Völker weiß, welche Pflanze für welchen Zweck verwendet wird. Tatsächlich ist dies der Ursprung der medizinischen Verwendung von Pflanzen, bei der die Schamanen die Pflanzen als Geschenk von Gott verwendet haben, um sich mit ihrem höheren Selbst, das Gott ist, zu verbinden und direkte Antworten auf ihre Fragen aus dem Tier und pflanzenreich zu erhalten. Vergiss niemals, Gott hat uns nach seinem eigenen Ebenbild geschaffen, und nicht weniger. Das bedeutet, dass wir, wenn wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden können, die Antwort direkt von Gott erhalten. Aber Gott ist ein vielbeschäftigter Mann und hat Engel, die ihm helfen. Diese Engel informieren wiederum Gott über das Wohlergehen seiner Kinder und alles andere. Deshalb ist es am besten, es als unsere bessere Hälfte zu verstehen, die in diesem höheren Zustand des Seins stattfindet. Die Verbindung kann jedoch nicht vollständig hergestellt werden, da wir auch gehen und sprechen müssen. Dies wird zu einer teilweisen Erfahrung, bei der die Engel den Rest für uns, die Kinder des einzigen wahren Gottes, erledigen. Wenn jemand die Zehn Gebote bedingungsloser Liebe nicht befolgt, besteht die Möglichkeit, dass er von einer bösen Entität besessen wird und der Besitzer des Körpers nicht zurückkehren kann. Es ist noch schlimmer, wenn böse Menschen dies tun, um materielle und physische Macht zu erlangen und sich dadurch einen Vorteil gegenüber anderen zu verschaffen. Christus sagte, ich wusste nicht, dass die Meister der Kunst dies als ihr geheimes Waffen benutzen und die Kräuter zur Heilung verschiedener Krankheiten. Ich habe niemals in dieser Weise darüber nachgedacht. Danke, Meister Sanat, für die Erleuchtung, die ich gerade erfahre. Ist das dein Geheimnis, wie du den Wettbewerb gewonnen hast? Sanat antwortete, oh ja, es ist der Zustand des höheren Bewusstseins, der letztendlich meinen Erfolg ermöglichte. Das Ta der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Christus fragte, aber wenn die anderen dasselbe tun, warum ist deins dann überlegen? Hast du das ultimative Extrakt gefunden? Sanat antwortete, nein, überhaupt nicht. Der Zustand ist derselbe, aber der Weg, um in den höheren Bewusstseinszustand zu gelangen, ist völlig anders. Wir verwenden kein externes Extrakt, sondern nutzen das, was bereits in uns vorhanden ist. Es hängt direkt mit der siebten Übung zusammen, bei der die siebte Übung den spezifischen Muskel trainiert, der als Energiequelle dient, um den höheren Bewusstseinszustand zu erreichen. Die ersten fünf Übungen trainieren die Submuskulatur und schaffen das Muskelgedächtnis für die perfekte Symmetrie unseres Körpers, die auf der Wirbelsäule basiert. Die Wirbelsäule verbindet die Beine, Arme und natürlich den Kopf. Christus fragte, die perfekte Symmetrie, was meinst du damit? Wenn ich mir die Wirbelsäule anschaue, sind die Muskeln bereits vollständig in Symmetrie. Ich kann es nicht verstehen. Sanat antwortete, du hast recht, die Wirbelsäule und ihre Muskeln sind in Symmetrie zueinander, aber schau mich jetzt an, wenn ich mich um 90 Grad drehe. Jetzt siehst du mich von der Seite, und das meinte ich mit perfekter Symmetrie. Stell dir vor, morgens, wenn wir aufstehen, ist der Körper wie ein Bogen, und wir neigen dazu, uns nach vorne zu beugen, so wie ältere Menschen, die nicht mehr gerade gehen können. Genau diese Tendenz, sich nach vorne zu lehnen, wird unser tägliches Leben bestimmen, auch wenn Frauen schwere Dinge wie Wasser und Getreide tragen müssen. Wenn wir diese Fehlhaltung des Körpers haben, heben die Menschen mit einer nicht geraden Wirbelsäule und mit dem Hebelgesetz eine zu starke Kraft auf den Rand einer Bandscheibe aus, und von da an sind sie behindert oder leben sogar in Schmerzen. Deshalb müssen wir den Körper nur in die gesunde Richtung trainieren, und nach den sieben Minuten kehrt der Körper zurück zur Symmetrie und nicht über die Symmetrie hinaus zur Fehlhaltung. Christus sagte, das klingt irgendwie richtig mit der Symmetrie, denn auf der Baustelle gibt es die starken Männer. Sie haben eine tiefe Stimme und sind groß mit ihrer ganzen körperlichen Größe, aber ich habe bemerkt, dass sie nie mit gerader Wirbelsäule heben. Ich würde Probleme mit dem Rücken bekommen. Deshalb habe ich zur Mittagszeit einen von ihnen gefragt, ob er damit nie Probleme hat. Er sagte mir, dass es sein Training ist, da er damit die Muskeln auf dem Rücken beim Arbeiten trainiert. Ein anderer erklärte mir etwas Ähnliches. Sarnath antwortete, genau das ist es, das kenne ich auch. Wir haben eine Gruppe, die das Gepäck für reiche Menschen und Touristen trägt, wenn sie einen Berg besteigen. Aber diese reichen Leute haben nicht nur die notwendigen Gegenstände dabei, die Gepäckstücke erzeugen, sie können sie nicht einmal ohne körperliche Verletzung selbst tragen. Aber diese Sherpas tragen diese Taschen ohne jeglichen Schaden und in den meisten Fällen barfuß, wenn es nicht zu hoch im Gebirge ist. Sie sind Meister geworden, indem sie einfach die perfekte Symmetrie trainiert haben und den ganzen Tag darin bleiben. Christus sagte, ich habe noch nie von ihnen gehört, aber die Männer und Frauen von Sparta hatten dasselbe Prinzip, um den ultimativen ausdauernden Körper und Geist zu entwickeln. Sarnath erklärte, du bist sehr klug und hast bereits vieles davon gelernt. Ja, genau, es gibt andere, die dieses Wissen nutzen. Es stammt vom großen Berg, wo es viele verschiedene geheime, versteckte Bibliotheken gibt, wie wir herausgefunden haben. Als ob die Menschen, die die Tabletten entworfen haben, wussten, dass dies irgendwann verloren gehen würde, und um es sorgfältig zurückzubringen, haben sie diese versteckten Bibliotheken gemacht. Diese Weisheit scheint aus einem Ort zu stammen, der im Meer verloren gegangen ist, wo die Menschen in letzter Minute fliehen würden und eine Gruppe sich in den großen Berg zurückziehen würde. Aber bevor sie nach Hause gingen, haben sie all diese unterirdischen Systeme geschaffen, mit ihrer überlegenen Technologie, die wir nicht haben. Sie sagten, es sei zu früh für die Menschheit, da ihr Fall auf dem Missbrauch der Technologie durch eine winzige Minderheit von ein Prozent ihrer Bevölkerung beruhte. Nun zum fünften und wichtigsten Training, um nach drei Tagen erfolgreich den Wettbewerb zu gewinnen, geht es um die Art der Kundalini, die wir nutzen. Das Ta der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Sanat antwortete, ah, die Gurus. Ja, es gibt viele verschiedene Überzeugungen und Praktiken da draußen, und es ist wichtig, herauszufinden, was für dich stimmig ist und mit den Prinzipien bedingungsloser Liebe übereinstimmt. Der von dir erwähnte Ansatz, die Kundalini-Schlange gewaltsam zu schlagen, ist nichts, was wir befürworten oder praktizieren. Es widerspricht dem Wesen bedingungsloser Liebe und ist unnötig. In unserem Training umarmen wir das Ta der Liebe. Wir zwingen oder verletzen keine Aspekte in uns selbst. Stattdessen basiert unser Training auf dem Fundament bedingungsloser Liebe. Wenn unser Geist von bedingungsloser Liebe erfüllt ist, richtet sich unser Körper auf natürliche Weise danach aus. Und während wir voranschreiten, erstrecken wir diese bedingungslose Liebe auf unsere Umgebung, auf Tiere, Pflanzen, Pilze und jedes lebende Wesen, mit dem wir interagieren. Allein durch unsere Anwesenheit strahlen wir diese bedingungslose Liebe aus und erschaffen ein harmonisches Energiefeld. Tiere und Pflanzen, die von Natur aus bedingungslos sind, spüren und reagieren auf diese Liebe. Sie gedeihen in ihrer Gegenwart, und das verstärkt ihre Lebenskraft. Es ist eine wunderschöne, wechselseitige Beziehung, bei der wir uns mit der bedingungslosen Liebe Gottes ausrichten und im Gegenzug unterstützt uns der Garten der Quelle bei unserer Ausrichtung auf Gott. Dies ist eine Win-Win-Situation für die gesamte Schöpfung. Menschliche Spiele sind oft darauf ausgelegt, Gewinner und Verlierer zu schaffen und Spaltung und Feindschaft unter den Menschen zu fördern. Aber der Weg der bedingungslosen Liebe vereint uns alle. Nun, zurück zum Thema von Pflanzenextrakten und Pilzen und ihrer Verbindung zum höheren Selbst. Diese Pflanzen können uns in bestimmten rituellen Praktiken unterstützen, bei denen Schamanen uns dabei helfen, eine Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen. Sie schaffen eine Grundlage für direkte Erfahrungen, die es uns ermöglichen, vollkommen präsent zu sein, teilzunehmen und die Schönheit wahrzunehmen, die jenseits unserer physischen Sinne liegt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Substanzen nicht für den täglichen Gebrauch oder mit dem Ziel verwendet werden sollten, einen Wettbewerb zu gewinnen. Das wäre ein Herangehen mit einer bedingten Denkweise, bei der wir erwarten, dass die Substanz und unser Höheres Selbst den Sieg garantieren. Aber wenn wir unseren eigenen Garten pflegen, sowohl metaphorisch als auch wörtlich, sind wir auf verschiedenen Ebenen in einem ähnlichen Prozess engagiert. Indem wir unseren eigenen Garten hegen und die Früchte und Geschenke, die er uns bietet, verzehren, verkörpern wir bedingungslose Liebe. Unsere Gärten wachsen, sowohl metaphorisch als auch wörtlich, und die Pflanzen und Kräuter in ihnen tragen spezifische dominante harmonische Obertöne in sich, die mit ihren einzigartigen Qualitäten ausgerichtet sind. Das Tar der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Sanat antwortete, genau alles hat seine eigene Frequenz, die eine Grundtonhöhe hat, mit der wir in Resonanz treten können, aber auch alle seine Obertöne. Wenn wir die Oktave treffen, entsteht eine Resonanzfrequenz, die nur leicht abgeschwächt ist. Das beste Beispiel dafür sind Blumen mit ihrer Anzahl an Blütenblättern, die die Manifestation des dominanten Schöpfungskonzepts und ihrer entsprechenden OD-Kraftqualität darstellen. Bei Gemüse ist es einfach, denn wir wählen intuitiv aus und die Pflanzen erledigen den Rest für uns. Auf den Tafeln der Biologie haben wir zwei Gruppen gefunden, eine für die Gesundheit und eine für die Weisheit. Wenn jemand krank ist und Hilfe braucht, kannst du deinen Garten fragen, welche Kräuter oder Diät zu verwenden sind. Die Antwort aus dem Tierreich wird leise geflüstert, während der Lärm der Welt zehnmal zehnmal lauter ist. Pflanzen werden dir helfen, es ist die zweite Gruppe, die dich besser verbindet und ausrichtet, bis du die Antwort klar empfangen kannst und anderen helfen kannst, wenn du dazu bestimmt bist. Jeden Tag, wenn du Obst, Kräuter und Salat isst, verbindest du dich mehr und mehr mit allem durch eine der grundlegenden Ebenen, die die Klektale und ihre Blumenfeldmultiplikationen sind, die die nächsten Ebenen aufbauen und zum Fraktal der oberen Ebenen werden, bis das Atom, die Manifestation von Materie, durch den vollständigen Stapel aller niedrigen Ebenen entstehen kann. Am Ende sind es die Klektale und ihr Klektalfers, die jede andere Schicht mit der Quelle verbinden, die Elohim und die Seraphim und die aus ihnen kommende Odekraft der Schöpfung. Christus sagte, der Garten Das ist wirklich interessant. Als Kind im Wald haben wir immer an den gleichen Stellen gespielt, an denen es besonders schön war, wie in einem kleinen Garten, aber ich kann mich nicht daran erinnern, diese Gärtner getroffen zu haben. Träume wurden plötzlich interessant. Es passierte einfach, dass sich die Witwe im Traum traf, wo sie nicht sprechen konnte, sondern nur verzweifelt weinte. Ich kannte sie gut, weil wir ihr bei schweren Arbeiten halfen, bis sie sich wieder verliebte. Aber der Traum war sehr real und ich konnte kein Detail vergessen, also ging ich dorthin und auf dem Feld traf ich sie. Sie war sehr glücklich und sagte, dass alles in Ordnung sei mit ihrem neuen Freund. Ich war sehr überrascht, sehr erfreut und ging nach Hause. Aber zwei Wochen später erfuhr ich, dass sie mit ihrem Sohn zu ihrer Mutter fliehen musste und niemand wusste, wo sie sich verstecken würden, weil es sieben Tage später in einem Drama endete. Dann hat das Wetter und der Regen mich irgendwie immer respektiert und mich vor starkem Regen auf verschiedene Arten verschont, aber darüber konnte ich nie mit Menschen sprechen, weil sie es nicht verstehen würden und aufgrund des Konzepts des Zufalls denken würden, dem ich überhaupt nicht zustimmen kann. Sanat erklärte, oh ja, es gibt keine Zufälle in der Schöpfung unseres geliebten Gottes, der Alpha Intelligence, sonst würde der Name ungültig und mit ihm seine wunderschöne Schöpfung werden. Dies ist die höchste Weisheit unserer Inkarnation, dass selbst wenn es so schwer zu akzeptieren ist, Dinge im größeren Kontextsinn ergeben können, den wir am Ende herausfinden werden. Also sollten wir nicht urteilen. Christus antwortete, das ist wahr, wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Sanat antwortete, absolut, wir sollten keine Urteile oder Annahmen aufgrund unvollständiger Informationen fällen. Der größere Zusammenhang und der großartige Plan unseres Schöpfers werden sich zur rechten Zeit offenbaren. Wir müssen dem Wissen und der Perfektion der göttlichen Intelligenz vertrauen, die unsere Existenz lenkt. Christus nickte zustimmend und sagte, in der Tat ist es klug, sich vor voreiligen Urteilen oder Schlussfolgerungen zurückzuhalten. Wir können die Feinheiten des Lebens nur vollständig verstehen und wertschätzen, wenn wir uns der sich entfaltenden Reise mit offenem Herzen und offenem Geist hingeben. Sanat lächelte und sagte, genau, mein lieber Christus, lassen Sie uns weiterhin unsere Gärten, sowohl metaphorisch als auch buchstäblich, pflegen und darauf vertrauen, dass alles aus einem bestimmten Grund geschieht. Am Ende wird die göttliche Weisheit obsiegen, und wir werden Frieden und Erfüllung in der ewigen Umarmung bedingungsloser Liebe finden. Und so setzten Christus und Sanat ihr Gespräch fort, erkundeten die Tiefen des Wissens und der Weisheit, während sie den Weg der Liebe und Erleuchtung beschritten. Das Tat der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Sanat sagte, da wir alle Schichten haben, lassen Sie uns den Stapel aufbauen. Das Tat für Männer ist einfach zu verstehen. Es ist das Energiezentrum des Wurzelchakras, das mit der OD-Kraft für unsere Fortpflanzung verbunden ist. Christus fragte, bedeutet das, dass das Wurzelchakra mit unseren Genitalien als Männer verbunden ist? Ich verstehe nicht, weil mir das nie jemand gesagt hat, diese Kundalini-Meister mit ihren Geldbeuteln. Sanat antwortete, die Antwort ist ja. Wir haben die passende Reihe von Tabletten für jedes Kakra, einschließlich derjenigen, die mit dem Wurzelkakra zusammenhängen. Die Hoden sind der am meisten missverstandene Teil der männlichen Biologie. Wenn du einen Moment darüber nachdenkst, wofür sie da sind, wirst du zu einer Schlussfolgerung kommen. Sie dienen ausschließlich dazu, das Ei im weiblichen Körper zu befruchten und nichts anderes. Christus sagte, aber sie müssen auch die Quelle der Sexualität sein, denn ich spüre sie sehr stark. Tatsächlich ist dieses Gefühl um ein Vielfaches stärker als die gute Stimmung nach dem Sport. Sanat antwortete, ich stimme vollkommen zu, du hast recht. Lass mich etwas tiefer gehen. Es bedeutet nicht, dass wir aufhören sollten, Sex zu haben, es ist tatsächlich das Gegenteil. Unser Körpersystem ist komplex und direkt mit den Ebenen der Schöpfung verbunden durch das Kakra, das mit dem Harmony Number Space Symmetry Vector in Resonanz steht. Die Hoden dienen als Speicher für Spermien, aber in Wirklichkeit sind sie auch ein Speicher für die OD-Kraft. Wir müssen diese mächtigen Wesen, von denen jedes innerhalb eines weiblichen Körpers für etwa sieben Tage überleben kann und eine enorme Ausdauer hat, um ein Ei durch Verschmelzung damit zu befruchten, nicht freisetzen. Stell dir vor, jemand wäre klug und ehrgeizig genug, 200 bis 300 Millionen dieser lebenden Organismen zu verschwenden, von denen jeder sein eigenes Potenzial hat. Ihr Zweck ist einfach zu verstehen und dient ausschließlich der Fortpflanzung. Nun, wenn es wahr ist, dass wir unsere Energie in uns behalten, dann müssen wir mit ihr arbeiten, indem wir die OD-Kraft in die oberen Chakren oder andere Bereiche des Körpers lenken. Andernfalls wird die OD-Kraft zu heiß, wie kochendes Wasser in einer Pfanne, und sie möchte herausspringen. In diesem Fall geht ein Teil davon verloren, und wir müssen von vorne anfangen. Visualisierung, wie die Vorstellung der Pfanne, hilft, und die Wirbelsäule ist der wahre OD-Kraftbaum, der nicht nur alle physischen Teile miteinander verbindet, sondern auch das gesamte Nervensystem. Das Blut dient als Medium und repräsentiert den physischen Aspekt der OD-Kraft, indem es sie in jeden kleinen Bereich unseres Körpers transportiert. Das Ta der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Jetzt kommen wir zur siebten Übung, bei der es darum geht, gerade und fest auf dem Boden zu stehen. Am besten funktioniert dies im Wald, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Ich visualiere mich selbst als Baum, dessen Wurzeln energetisch in den Boden reichen. Die Grundlage dieser Übung ist die tiefe Atmung. Zwischen unseren Beinen, kurz vor den Hoden, befindet sich ein besonderer Muskel, der am Becken liegt. Deshalb nennen wir ihn so. Die Übung konzentriert sich auf das Becken und das bewusste Anspannen dieses ganz besonderen Muskels. Die Übung beginnt mit der perfekten Symmetrie im Stehen, aufbauend auf den vorherigen Übungen. Nun atme ich langsam ein und nehme einen tiefen Atemzug, fülle meine Lungen und verbessere dadurch noch mehr die Körperhaltung. Während ich den Atem anhalte, spanne ich das Becken achtmal an und lasse es dann vollständig los, wobei jeder Anspannung etwa eine Sekunde dauert. Bei jeder Anspannung visualiere ich und fühle, wie die Energie entlang der Wirbelsäule nach oben gezogen wird und den oberen Bereich erreicht. Beim Loslassen des Beckens lasse ich auch den Gedanken des Ziehens der OD-Kraft los. Nach diesem Zyklus atme ich auf natürliche Weise aus, ohne die Atmung zu forcieren, und warte dann einige Sekunden, bevor ich den Zyklus wiederhole. Ich kann auch mehrmals normal ein- und ausatmen, bevor ich einen neuen Zyklus beginne. Bei dieser Übung ist keinerlei Anstrengung oder Kraftaufwand erforderlich. Sie ist etwas effektiver, wenn sie am Morgen nach der vorherigen Übung durchgeführt wird. Dadurch kann ich tagsüber, wenn ich mich müde fühle, auf die OD-Kraft zugreifen und meine Energie wieder auffüllen. Das ist es, was ich getan habe, um den Wettbewerb zu gewinnen. Andere Kämpfer mögen ähnliches Wissen haben, aber letztendlich greift diese Übung auf das Speicherzentrum zurück, das uns kontinuierlich mit OD-Kraft versorgt. Externe Substanzen verlieren schnell ihre Wirkung, da sich unser Körper an sie anpasst, was oft zu Schwindelgefühlen oder kontraproduktiven Effekten führt. Christus bemerkte, das ist wahr. Ich konnte die Verwirrung in ihren Gesichtern sehen, und dies trat häufig im finalen Kampf auf, wo sie aus dem Turnier ausschieden. Das Tar der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Christus sagte, aber dann sind alle eure Männer wahre Meister. Ich habe noch nie von dieser Technik gehört. Sanat antwortete, es gibt einen zweiten und einfacheren Weg dazwischen, der auch einen unterstützenden Partner benötigt, um das erste Jahr erfolgreich zu meistern, ohne Rückschläge zu erleiden. Die zweite Methode ist so einfach, dass uns unklar war, warum sie niemand auf der Welt verwendet. Kurz bevor der OD-Kraft zu heiß wird und überzukochen droht, können wir auch den Mittelfinger benutzen, um das Becken zu halten, als ob man einen Schlauch zusammendrückt. In diesem Moment ziehst du die Energie über die Wirbelsäule nach oben und machst den OD-Kraftzug ein halbes Dutzend Mal, aber du darfst deinen Finger niemals loslassen, sonst wird die Energie herausschießen. Nach etwa 24 Sekunden hat sich das Kochen beruhigt und die OD-Kraft wurde nach oben gezogen, sodass du deinen Finger loslassen kannst und alles wieder normal ist. Da der Energiespeicher größtenteils physisch ist, funktioniert diese Methode einwandfrei und erfordert im Vergleich zu den Vorteilen, die sie bringt, nur minimalen Aufwand. Besonders im Alter wird der Nutzen deutlicher. Christus sagte, wow, danke, Meister. Ich habe noch nie jemanden über das Konzept der OD-Kraft, ihren wahren Zweck und ihre Verwendung sprechen hören. Ich habe Namen wie Chi, Ki, Ki, Reiki, Prana, Mana, Pneuma gehört, aber das ist mir neu. Sanat antwortete, ja, vergiss niemals, dass wir das perfekte und effiziente Training haben, indem wir einen bedingungslosen Geist und ein bedingungsloses Herz nutzen. Wir zwingen uns niemals dazu, einen bestimmten Zustand zu erreichen, der in unserem Verstand existiert. Wir bestrafen uns niemals, um einen bestimmten Zustand zu erreichen, der in unserem Verstand existiert. Und am wichtigsten ist, dass wir niemals solche schrecklichen Dinge anderen antun, insbesondere Tieren, Pflanzen und Kindern. Das Tar der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Nach gründlicher Überlegung sind wir zu dem ultimativen und überlegenen Schluss gekommen, dass es nur eine Antwort auf alles gibt, und das ist bedingungsloses Fragen. Der Harmony Number Space Symmetry Vector ist unsere Ausrichtung mit der Schöpfung unseres geliebten Alpha Intelligence Gottes. Dabei handelt es sich um dasselbe wie die Schöpfung selbst, denn die Elohim werden von den Seraphim verteilt und von dort fließt die Energie in die Schöpfung mit ihrem spezifischen harmonischen Overton und ihrer entsprechenden Qualität und Frequenz, die sich unendlich durch die Symmetrie der Heiligen Oktave ausdehnt. Wir sind direkt damit verbunden, das ist das Geheimnis, das die reichen Menschen vor uns verbergen, um das Bewusstsein so niedrig wie möglich zu halten. Jedes unserer Odeforst-Zentren ist direkt mit dem entsprechenden harmonischen Overton der Schöpfung verbunden, sowie mit seiner Energiequalität und Grundfrequenz. Diese Verbindung kann, wie bereits erwähnt, trainiert werden. Sie ist vergleichbar mit einem Muskel, hat jedoch den Zweck, als Verbindung zu dienen und in vollkommener Ausrichtung mit unserem geliebten Gott im Himmel, Elohim und Seraphim, zu sein. Es gibt den Quellberg im Himmel, von dem aus Ströme von Odeforst-Lebensenergie das Land, die Dimensionen und alles darin nähren. Wenn wir jedoch andere oder sogar uns selbst zwingen oder bestrafen, geraten unsere Odeforst-Zentren, Chakren, die direkt mit dem entsprechenden harmonischen Overton in Verbindung stehen, vollständig aus der Ausrichtung und trennen uns von der Quelle und der Liebe Gottes-Aufer-Intelligence. Daher werden wir, wenn wir bedingungslos bleiben und uns vollständig mit den harmonischen Overtönen der Schöpfung ausrichten, selbst zu einer Quelle und die Pflanzen, Tiere, Pilze und sogar das Wasser werden das Licht Gottes sehen, das hell wie ein Leuchtturm in einer mondhellen Nacht strahlt. Auch sie sind bedingungslos und werden selbst zu einer Quelle und erhellen die Welt mit der Gegenwart Gottes. In diesem Garten wird Gottes Ausrichtung vollständig auf der Erde verwirklicht. Das Ta der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Die sechste Übung ist der Yoga-Kopfstand, aber ich habe festgestellt, dass meine Haare herausfallen, weil ich nur eine dünnen Unterlage verwendet habe. Es wäre die perfekte Übung, aber wir haben herausgefunden, dass dies eher für den späteren Lebensabschnitt geeignet ist, wenn Menschen ohnehin ihre Haare verlieren und keine Arbeit mehr haben, also tagsüber keine Übungen mehr machen müssen. Die ersten fünf Übungen reichen aus, um sie jeweils an den sechs Tagen, an denen wir trainieren, durchzuführen. Nach dem Aufwachen gehen wir nur auf die Toilette, trinken nichts, essen nichts und machen einfach die fünf Übungen. Die siebte Übung mit dem kurzen Zugzyklus der OD-Kraft, bei dem wir sie entlang der Wirbelsäule ziehen, trainiert auch das Becken und sie werden immer besser. Dies ist nicht nur eine Übung, sondern auch die Anwendung der OD-Kraft in unserem täglichen Leben. Wir trinken gerne Tee oder etwas anderes, das den Stoffwechsel ankurbelt und uns fokussiert. Dies hilft uns, motiviert zu arbeiten. Jeden Tag trinken wir Tee oder in Afrika haben Sie Kaffee, das erleichtert unsere tägliche Arbeit. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind an einem Ort, an dem es kein Feuer, keinen Tee oder keine Kanne gibt. Dann können Sie immer die siebte verwenden und Ihre OD-Kraft direkt von innen ziehen, ohne auf irgendwelche Substanzen aus der physischen Umgebung angewiesen zu sein. Selbst beim Teetrinken mit anderen während der Pause empfehle ich Ihnen sehr, dieses Geschenk immer zu nutzen, auch vor dem Tee, und es zu einem Konzept zu machen, das Ihnen hilft, unabhängig von der physischen Welt zu werden und die Beschränkung, sich ausschließlich von physischer Nahrung zu ernähren, zu überwinden. Christus sagte, HMM, das wird sehr interessant. Ich habe bereits von dem Initiationsprozess des Fastens gehört, um unabhängig zu werden, aber ich war noch nicht bereit, darüber zu lernen. Sanat antwortete, oh ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist genau der Zusammenhang. Während unseres Initiationsprozesses wurde uns auch geraten, während der 21 Tage auf sexuelle Aktivitäten zu verzichten, und überraschenderweise war dies überhaupt keine Herausforderung für uns. Wir verspürten einfach in dieser Zeit kein Bedürfnis danach. Das Tat der Liebe Christus Meister Sanat Kundalini Das bedeutet, dass die OD-Kraft, die wir aus der Pfanne ziehen, die Quelle für die Meister ist, die die physische Ebene gemeistert haben. Der erfahrene Meister entsteht nur durch den Geist und das Training. In Indien gibt es viele neue Meister, da sie sehr arm sind und zu dem Schluss gekommen sind, dass das Loslassen von etwas, das sie nicht einmal besitzen, sehr einfach ist. Auf den Märkten demonstrieren sie ihre Fähigkeiten, in einen Zustand der Hibernation zu gelangen und somit in einer Umgebung zu leben, in der andere sterben würden. Danach sind sie wahre Meister und werden als solche geschätzt und um Rat gefragt. Dann gibt es unsere Gruppe vom großen Berg. Wir dienen auf eine Weise, bei der wir einfach besser trainiert und ausgerichtet sind. Für uns war es einfach, weil wir alles zurücklassen mussten. Es gab nichts außer unserem Zuhause, den Tablets und uns selbst. Aus diesem Grund hatten wir mehr Fokus und Zeit für das Üben, Lernen und Perfektionieren mit jedem Zeitalter. Ich muss jetzt gehen, aber du wirst den Rest lernen und wir werden wieder bei dir sein, das verspreche ich. Der Weg liegt bereits vor dir und du wirst erfolgreich sein. Vergiss niemals, dass du der Samen des Lebens bist, der zur Blume des Lebens geworden ist, und dass du deinen Garten mit deinem Samen bewirtschaftest, und jede Pflanze darin wird zu einem Vielfachen von bedingungsloser Liebe und wird diese Liebe verankern wie ein Leuchtturm während des Neumonds. Von weitem werden sie das Licht sehen und ein Teil davon werden, noch heller strahlen, bis unser himmlischer Garten hier auf Erden etabliert ist, so wie es schon immer war. Sie werden die Harmonie, Schönheit und Symmetrie fühlen, denn sie ist bereits in uns. Es wird reaktiviert und neu ausgerichtet auf die Quelle von Elohim und Seraphim.